Alles klar Leute, wir testen heute den Hardcore Modus Battlefield 1. Gucken wir mal wie der Hardcore Modus schon ist. So, dann geht's mal los, ne? Oh, es fehlt ja alle, das ist ja so schön. Was fehlt? Wo bist denn du? Oh lol. Ja, ich treffe nicht mal, so gut ist er spürt. Ich glaube, der hat einen Headshot kassiert. Du kriegst nicht mal die Munition angezeigt, ne? Ne. Doch, kriegste. Oh lol, ich bin tot. Peter. Ja. Los komm, wir hauen ab hier. Oh, das ist friendly, Alter. Oha, Alter. Okay. Du kriegst es ja... Oh. Hoppala. Fuck. Alter, das ist ja voll ätzend mit dem Hardcore. Warum? Ja, weil du es nicht ange... Alter, du kriegst es voll spät angezeigt. Ja, du musst halt jetzt aufpassen, ne? Ja. Ja. Ich hab grad... Ja, du... Jaaa, selbst leider. ... 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 die ganzen, die jetzt motzen... denen das zu schwierig ist, die werden das nicht spielen. Ja, mir doch, ja. Sollen sie verpissen, Alter. Ja, ja, ja. Wie die Call of Duty Kiddies, Alter. Ja. Alle weg mit euch. Ja, Leute, das war unser erster Eindruck von dem Hardcore-Modus. Was hält ihr davon? Ihr habt ja sehen, ne? Keine... Wer kriegt ne Battlebox hier? Kein One-Shot, ne? So wie die immer alle sagen. Äh, die Schwierigkeit mit dem... ... ... mit dem Dings hier, ne? Mit der Uniform, sehr geil. Aber was haltet ihr davon? Schreibt das in die Kommentare. Wenn euch das gefallen hat, Like da lassen und so, ne? Haut rein. Peter, du musst Tschüss sagen. Tschüss Sikowski. Genau. Tschüss, Leute.